Ja, hallo Freunde bei der nächsten Folge vom Borderlands 2 Let's Help Videos in 1000 Cuts. Ich zeige euch hier die Echo Recorder, die ihr finden könnt. Und zwar den ersten, ganz einfach hier, weil die Automaten dran vorbeilaufen, hinten in der Ecke, klack, und ihr habt den ersten. Den zweiten, da gehen wir jetzt direkt hin, aber auch mal keinen Katsch schneiden hier nicht. Und einmal hier hochlaufen, die Gegner einfach mal ignorieren. Hier die Brücke. Ein Stückchen weiter, dann rechts rum, da die Treppe hoch, da wo der Pfeil ist. Ich gehe da rechts um die Ecke, warte mal, jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Hier runter. Genau, und dann hier einfach rüberjumpen, da hinten links auf den Fässern seht ihr das Ding schon. Und ihr habt das zweite. Wir haben Satellitenaufnahmen von Ozeas, die kurz vor Ankunft unseres Besatzungstuers gebrochen wurden. Das dritte findet ihr etwas höher auf der Karte bei der Brücke. Und zwar müsst ihr einmal über die Brücke rüberlaufen. Und dann, wenn ihr auf der anderen Seite der Brücke seid, so wie hier ich, dann müsst ihr hier auch runtergehen. Einmal auf die andere Seite schwenken. Und dann seht ihr schon ganz hinten den nächsten Echo Recorder. Den vierten und letzten findet ihr ganz links mittig auf der Karte, hier auf diesem kleinen Steg. Ich zeige euch mal, wie man da hinkommt. Da, der kleine Steg, da geht er einfach rüber. Dann hier rum, links um die Ecke. Dann auf die Plattform steigen. Ihr habt jetzt hier den Schalter. Und da geht es hoch mit dem Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl oben angekommen, lauft ihr einmal hier um das Gebäude rum. Und ihr werdet fündig mit dem vierten und letzten Echo Recorder auf 1000 Kats. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. Habt noch viel Spaß mit unseren Let's Help Videos und kommentiert das Ganze doch einfach mal. Bis dann. Ciao.